Blackstone noch den hast du ne? Nein Enderman, verdammt. Musst du gucken irgendwo in den Kästen. Sonst musst du das aus. Nö, ich hab noch welchen von den Steinen. Ich hab doch deinen Stein. Den Chancen am Anfang bei mir einfach in den Kisten reingepallert hat. Sonst kannst du den aber auch ganz leicht selber machen und zwar einfach nur Stein und Tintensäcke. Ist ja nicht viel Bricks. Sonst geht mir nicht recht schnell. Jetzt ist es auch noch dunkel. Ach das sollte ich mal wegschmeißen. Ich hab nämlich gerade das Portal ausgetauscht. Kann man nicht köften. Jetzt können wir da nämlich auch durch normales Quizze Portal gehen. Ja so ein bisschen einfacher. Ja das ist sonst voll nervig. Herrlich. Nein ist nicht. Nö überhaupt nicht. Nicht nervig. Was lauerst du eigentlich? So das geht erstmal hier hin. Da holen wir uns erstmal Holz. Macht das. Holz 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 Holz. Macht das. Ich glaube das sieht nicht. Das würde gar nicht mal so schlecht aussehen. Ne, das ist noch mit. Ne, du hässiger Creeper. Alles gut bei dir da. Ne, das brauche ich glaube ich noch. Da nehmen wir mal mehr von. Ähm, ja ausgelehrt Spinne. Können mich mal. Nervt mich nicht. Nervt, 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 nervt. Ich hab irgendwas rotes bei mir. Das ist wieder so ein schwuler Haarbringer. Boah, ich sterb. Und ihr Hühnchen auch hier nervt. Apropos. Nerven. Ich brauche einen Legia-Woben. Tschüss. Ach, hast du ja noch gar nicht, ne? Ne. Das brauche ich zwei Ironbos. Ach, das ist ja Kinderkacke. Das habe ich ja auch noch. Das ist ja Kinderkacke. Ja, ist es auch. Oh. Ja, hier. Bäm. Ich habe es nur gehört. Hm. Aber ob ich denn meine Spinnen entdecke? Ich frage mich trotzdem, warum das hier denn so laggt. Kann das echt wegen den Schildern sein? Wo bist du gerade? Im Spawn. Okay. Ich habe hier meine 40. Normalerweise habe ich hier 60. Nein, nicht. Ich meinte hier durch die Meteoriten-Schilder. Wissenig. So. Ich brauche für den Eisenbogen baue ich ein. Boah. Leck. Kaum bin ich da weg, liegt das nicht mehr. Ja. Ja, weiß ich nicht. Du weißt doch gar nichts. So. Den. Brauchen wir so. Hotel auf Brot. Oh, ich muss eindeutig die. Oh. Das passt mit der Grafik noch nicht aus. Nein. 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 Das geht das da hinten durch. Da geht es noch durch. Wo ist Iron? Iron? Wo endet das denn hier? Da. Nein. Da ist Iron. Ein Iron Bow, zwei Iron Bow. Da. Ach, da endet das. Cool. Der weg. Okay. Nitzbruch. Ähm, dann. Ne, Giabo. Zack. Jetzt habe ich auch einen. Wunder der Natur. Jetzt kannst du ihn erst mal verzaubern. Ja, aber nur mit 43 Leveln. Ach. Geht doch mit deiner Monster Farm. Ja. Bald habe ich Erfahrungspunkt den Flaschen. Ja? Wie das denn? Ja, da brauche ich noch eine Biene züchten. Die kann so Drops machen, da kann ich einfach nur um Flaschen rum. Ja, hast ja erzählt. Stimmt ja. Dann merkt man, wie ich das immer merke. Ja, Unbreaking. Verzaubern. Power. Obwohl erst mal Infinity. Infinity. Verzaubern. Ja, noch ein Chicken. Oh, poor. Und jetzt setzt er an. Ne. Ah ja, du Zombie. Nerv nicht. Nein. Stirp. Du bist so blöd, du Zombie, ne. Dann springt erst mal das Loch rein, ich bleib da stehen und komme ich näher, dann geht erst wieder los. Nein. Was denn? Mein Brain of Char. Was hast du gemacht? was hast du gemacht ich hoffe dass es irgendwo heile ist es kaputt gemacht ja scheiß tricks tommy verpiss dich ich weiß aber nicht wann ob es hier schon angekommen ist fläche macht man für nur alles ringsherum und im mittelkreis freilassen oder kommt eine komplette fläche oder willst du eine oberfläche das ist jetzt die frage wieso geht denn das ding jetzt nicht weiß es nicht ich hätte auch den output mal einstellen obwohl man konnte konnte doch alles was mit glas boten dran ist ringsherum alles löschen wenn man das mit glas macht ich bin der meinung ja aber dann kann ich die häuser schnell abbauen damit ich weiß es doch ich bin der mann das ging nicht super nein doch nicht super diese ganzen herrn ist nicht so nach mal die länden markt dann habe ich vergessen vor allem fehlt mir jetzt noch eine land markt dadurch muss man ja noch eine machen wir brauchen nicht mal feile im inventar egal ist das so hier ist das komischerweise so bei dem laser bau oder die matz index eingestellt das kann natürlich auch wirklich sein jetzt würde ich ihn eigentlich aus testen aber er wills ja wieder nicht die zeit zu ich bin mehr lapis äh hast du musst pissen nicht mehr da mache ich mir neue landmark immer diese fehler es gehört verpiss dich ein bisschen helfen tut das schon das ist dunkel ist ach ja das ist doch schön und gefällt mir doch wieder ja aber eindeutig liegt irgendwann den schilden am sporen was darum krebs nein jetzt habe ich scheiß eingesammelt glaube ich nämlich auch komisch voll komisch weil wir so bei uns in den welten sind und schilder aktiv sind nix aber hier ja vielleicht weil die so nahen nebeneinander stehen ja sind ja auch noch vier kann nämlich daran liegen ich glaube sogar das reicht ja einer aber das sieht eigentlich von der optik her so gut aus deswegen ja aber nein hätte einfach nur das hausfeuer unsymmetrisch bauen müssen da zentos 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 was denn das test wieder rumgespackt bei dir nein die doch sterben ganz so fischer hier obwohl die gehen wir so auf den nerv ich glaube ich habe den händen mal gegen vergessen zu setzen nein die sterben bin voll gut du bist der held ich weiß in erb der welt ich weiß so was mache ich das denn ich glaube das falsch gesetzt wo wird das mal mit ich noch dieses stein ach ja gut nacht ach ja nicht so wie du gerade ich hätte vorher nicht mehr machen sollen hättest du aber wie sieht denn dieser stein jetzt aus hier ja super sieht der aus zum kotzen komm herz und mir gefällt mir gar nicht der kann hier gleich irgendwo eine tonne wandern an den stein ach habe ich den erstmal mit meinen lücken mit meinen bohren hier ähm bohren mit meinem bohren habe ich den erstmal gehauen den zombie tötest alles alles und vielleicht noch viel mehr würd ich machen wenn ich na 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 von deutschland wär was ich wollte nicht das wort mit a sagen wenn ich youtube millionär wär ich wollte das wort mit a sagen aber das ist was anderes Arsch von deutschland wärst nein oder mit a und h wenn du hitler von deutschland wärst was na was denn ich habe nichts gesagt das war der test der das gesagt hat auf jeden fall ja was denkst du denn denitiv denitiv mhm ui du warst es ich hab's genau gehört ich glaub das dorf verschwindet grad so ein bisschen oh es ist kaputt seid ehrlich ne das verschwindet von zauberhand Magnet erstmal aufschalten das ist nur kaputt ich ne so hier muss ich die mauer einziehen ne hatten wir beim spawnen überhaupt ein jungler oder stehen ne ne äh gute frage nächste frage ich weiß es grad gar nicht ach nächstes mal sollte ich auch erstmal die wasserquellen weg machen vorher vorher ist das nicht normalerweise dass wenn du das mit den Filler löscht alles dass eigentlich die Items alle verschwinden mhm ne mhm achso na dann normalerweise nicht bin der Meinung ja mhm ja mhm 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 hier habe ich schon 90 fps noch was haben wir für was sind das für kittys könnt ihr alle über die aller schlagen der so alle alle sound und schön samt hanschuhren alle ins gesicht zu haben ist doch gar keiner mehr drin ich wechsle alle hier ja ich bin immer in einem blödsinn game 555 1 1 1 machen wir blödsinn kenne ich schon du mir leid du mir leid solche leute glaube ich dir nicht würde ich mir selbst auch nicht ich glaube dir das nicht so so lassen das einfach zum körper stirbt der will vielleicht nicht sterben oder so ist es erstmal vielleicht danach gefahr keine lust wozu ich will er nicht so ein creeper kannst du nicht einfach umringen was früher zu anfang wie ein schwein aussah du kannst den dennoch nicht einfach so töten das geht nicht doch das geht habe ich doch gerade nein doch ja du dachtest wieder du bist ja der oberpro der das einfach so machen kann ja klar er denkt er denkt er denkt er ist der coolste ja klar weißt du doch wo ich krieg eine errungenschaft nicht ernsthaft oder jetzt auf wieder die errungenschaft für diese scheiß workbench bekommen ja fünf minuten dauert das bis die dinger die spawnen was ja ich glaube ich stelle lieber sein das macht einfach mal genäht an das ist doch nur mist was hier rumliegt zu dennoch gebrauchen weiß ich doch nicht für was holz und dann immer das so zu voll so